Hallo, hier noch eine aufschlussreiche Kurzpräsentation der UFG, die eindrücklich die Problematik der Klimaforschung deutlich macht. Der Titel lautet Die Wahrheit über CO2 und warum sie nicht publiziert wird. Hintergrund ist, dass die Treibhaustheorie darauf basiert, dass CO2 im Bereich der Erdausstrahlung stark absorbiert. Die folgenden Spektren zeigen die Absorption einer normalen Luftprobe im Vergleich zu Luft mit dem doppelten CO2-Gehalt. Anzumerken ist, dass die Quelle der Spektren von Verfechtern der Treibhaustheorie stammt. Dies sind nur die Spektren, die untere Kurve ist die Probe mit der höheren CO2-Konzentration, das heißt die Absorption nimmt nach unten hinzu. Beide Proben zeigen im Bereich der CO2-Bande, also bei 15 Mikrometern, eine außergewöhnlich starke Absorption. Die Transmission ist hier Null, das heißt keine Strahlung geht durch die Probe hindurch. Doch eine Anmerkung, die Sättigung im Maximum ist rein messtechnisch bedingt. Absorption hat grundsätzlich keine Sättigungsgrenze. Dies wird noch im Video A6 gezeigt. An der Flanke der Bande, im Bereich zwischen 13 und 14 Mikrometern, zeigen die Proben Unterschiede. Diese sind allerdings wesentlich geringer, als sie nach dem Lambert-Bärschen-Gesetz sein sollten. Experten wissen nun, dass es physikalisch unmöglich ist, dass die geringe CO2-Konzentration die starke Absorption verursacht und folgern daraus, dass hier ein absorbierender Untergrund vorliegen muss. Daher muss vor einer Interpretation der Kurven der Untergrund mittels einer Nullprobe, d.h. Luft ohne CO2, gemessen werden. Das Ergebnis dieser Messung bestätigt die logische Schlussfolgerung. Auch Luft ohne CO2 zeigt annähernd die gleiche Kurve mit 100% Absorption. Welche sind die Erkenntnisse aus diesen Spektren? Spektroskopie-Experten können sich denken, dass die gemessenen Absorptionsspektren wie üblich gegen reinen Stickstoff als Vergleichsprobe aufgenommen wurden. Daraus werden sie die korrekte Schlussfolgerung ziehen, dass die gemessene Absorption hauptsächlich vom Sauerstoff der Luft herrührt. Sie werden als nächstes absolute Absorptionsmessungen durch Messung gegen Vakuum durchführen und dabei dann nachweisen, dass sämtliche Stoffe im Infrarotbereich absorbieren. Des Weiteren werden sie sehen, dass absolute Absorptionsmessungen von Luftproben keine erkennbare Erhöhung der Absorption bei Erhöhung der CO2-Konzentration auf das Doppelte ergeben. Das Fazit ist, die Absorption von CO2 ist bezüglich Klima völlig unbedeutend. Wenn CO2 ein starkes Absorptionspotenzial hätte, würde CO2 klimakühlend wirken. Die eindeutigen Nachweise dazu sind in anderen Teilen der Studie zu finden. Ein Klimaforscher wäre kein Klimaforscher, wenn er beides nicht längst erkannt hätte, da diese Erkenntnisse Experten förmlich ins Auge springen. Verständlicherweise möchte ein Klimaforscher gerne Klimaforscher bleiben und andere Wissenschaftler nicht blamieren. Die wahren Ergebnisse der Klimaforscher werden daher nicht publiziert. Irrtümer sind keine Blamage, sondern Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens. Das Zugeben von Irrtümern ist eine außerordentliche Charakterstärke. Wenn Wissenschaftler jedoch nach dem jetzigen Aufdecken der Wahrheit diese weiterhin ignorieren, ist dies nicht mehr zu entschuldigen, da dies der Menschheit großen Schaden zufügt. Mit diesem Fazit möchte ich schließen. Vielen Dank für das Zuhören. Zuhören